mit diesem wunderschönen geschrei dieser wunderschönen düsteren aussicht heiße euch recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal bei einer weiteren neuen folge gta 4 also immer spawnen wir so düster keine ahnung warum ist egal wir werden jetzt hier mal schnell das auto klauen weil ich mag ihn hier genau ja ja genau fuck auch nie ab alles cool wir gehen mal zu little john glaub ich war sein namen oder little joe ja ok komm roman ist familie roman geht vor da ist ja auch direkt hier und dann kommt man direkt was roman hat mein gott macht der salto crime and punishment woher are you roman pst nico hohohoho roman what are you doing in the dumpster man are they here what are you talking about get out of there man i'm freaking out man i'm being followed i saw them don't be ridiculous you're being paranoid i'm be fuck you fuck you fuck you everything was fine and then you show up and now we're dead because festin he's a psychopath he's going to kill us because we killed vlad vlad was his man that's how it works you kill their guy they kill you rommel 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 romm Shit. Wake up! Wir mussten ihn gegen ihn zu stoppen. Du hast ihn nicht hier gebracht, Andrei. Warum nicht? Du bist ein schlechtes Mann, Mr. Balkan. Und der Boss ist nicht glücklich. Oh no, I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? Uh, my cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna sew off your fucking arm. Speak! Okay, okay. You're dead like seat of the ass. What do you want me to say, huh? Oh! 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 Very funny. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from home, while some ape threatens me with a hacksaw. So know I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant, when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So. Nicobelic. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole. Yes. Do it! I fire in the heart. That's true. Look at me like a piece of shit. Oh my God. Now listen. Nicobelic. You are very lucky what was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood, trying to run a shipment. Yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Help! Shut up, Roman. Shut up! Roman, shut up! Shut up! Shut up, Roman! That's it, Roman! Shut up! Shut up! Fuck! What are you? Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shot! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally poo your cousin's stitches out! One by one! And watch this guy spill onto the floor! Clean this shit up! Listen! We'll take care of your cousin. But you better get the police car. And then you call me! Roman! Roman! Go! 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 I'll take care of him! Fuck! Fuck! Okay, such an Streifenwagen. Ich muss trotzdem jetzt eins loswerden. Ey, fei... Also ohne Scheiß. Ich muss jetzt eine Sache sagen. Ich habe jetzt GTA 3. GTA Vice City und GTA San Andreas gespielt. Auch GTA 2. GTA 2 nicht auf diesem Kanal. Vielleicht bringe ich das irgendwann nochmal, was ich von oben ist jetzt nicht die Mega Story. Aber ich muss sagen, von allen Charakteren fühle ich Nico Bellic bis jetzt am meisten die Sprüche, die Kontersprüche mega. Also ich muss sagen, geil! Egal! Oh, mein Gott hat der Probleme. Egal! Es ist Liebe im Detail. Äh... Megastark. Dass da jetzt ausgerechnet ein Polizeiauto ist, ist doch so makaber. Ist der mir gerade ausgewichen? Ich beobachte ihn. Was... 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 Was macht der denn? Und sonst geht es ihm gut. Wir machen mal folgendes. Hallo. Ich schieße auf dein Auto. Look den nicht. Der Wagen da ist aber auch geil. Egal. Wir nehmen jetzt ihn hier. Aber er hat ein Safety Chance eben den Wagen einfach so zu klauen. Egal. Egal. Aber ich fühle Nico Bellic hardcore. Also wirklich die Sprüche die ganze Zeit mega. Macht Laune. Aua. Ah... 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 So ist dann gerne. Zu geil. Da ist ein Polizei Auto. Das werden wir uns jetzt auch mal ein bisschen ergaunern. Ich weiß nicht was seine Mission ist. Oh... Es tut mir... Komm mehrere? Komm schieß doch nicht. Ne. Das ist uncool. Ne. Schießen das... Das haben wir alle nicht gesagt. Hä? Nein. Nein. Eff... Nein. Ne. Nein. Warum? Ach komm. Nein. Jetzt habe ich die Waffe wieder nicht. Ne. Ich kann wiederholen. Ich habe nur Geld verloren. Die Waffen habe ich dann wieder oder? Oh komm. Lesen. Ja natürlich. Wie ich wieder erneut versuchen. Werden wir jetzt auch hier überspringen. Das Szenario. Haben wir übersprungen. So jetzt gucken wir uns die eine Geschichte an. Ja wenigstens wird mal ein bisschen heller. Hier kommt jetzt ein Polizei Auto. Der hat safe was gemacht hier. Ja. Ist das geil gescriptet. Ist das geil. Ich liebe es. Ich höre das Polizei Auto. Was jetzt? Der Waffen ist rund um den Südbroker. Mach es um. Mach es um. Mach es um. Wie viele Waffen du denkst, dass es im Südbroker sind? Das ist ein Problem für dich. Und deine Freundin. Nicht ich. Mach die Waffen um, bis du die TV findest. Tschüss. 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 Hier kann man Licht anmachen. Was ist da? Eigentlich hart dachte ich für Sirene. Ah, G. Okay. Total nervös, ne? Oh ne. Jetzt mach ich das schon wieder. Also mit der Lenkung ein bisschen schwieriger. Aber nicht cool. Beim Polizist. Ja genau. Macht mal schön Platz. Bleib in der Nähe, Vance, um ihn herauszuwinken. Ja, komm mal her. Weiter an und geh zum Fenster. Ja klar. Ich hab doch gar keine Uniform. Naja, alles cool. Okay. 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 Das ist ja hinten gespawnt. Aber man sieht doch, dass wir kein Polizist sind. Ja. Ah, Platz hier. Ich bin Korb. Ich darf das. Ich darf alles. Besonders in Amerika. Schönen rechts ran fahren. Ich weiß noch nicht wo lang. Jetzt. Ne, ganz sicher nicht. Saget. Ah, warte, 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 warte. Der hier ist naheliegender. Zurück. Den kreimen wir uns jetzt hier. Ist eh der letzte. Das wissen wir doch eh. Oh, die sind aber zu zweit. So. Die Rasten aus. Komm raus. Und nicht versuchen. Wir machen ein Fehler. Wir bezahlen für Kenny Petrovic. Schau mir die Bank. Du trägst die TV? Du wirst dich entschuldigen. Schade, Scheiße. Mal erzählen die Antwort. Ja. Mal kurz gelöst, ne. Das war der Vent. Geil. Ach Gott, dann geht das Ding an. Wir haben eben mal kurz mit der Shotgun weggeflext. Kann man mal machen, ne. Ist nicht die feine englische, aber wir haben eben mal kurz mit der Shotgun weggeflext. Eine amerikanische. Was bleibt der da doof auch so stehen? Der Eisgretti Shotgun geholt. Ah, pass auf. Ich will nicht, dass du stirbst nur weil du Straßen fegst. Naja, GTA 5 Story habe ich auch noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie sich das da auferhält. So die liebe im Detail. Aber Nico Bellic, ich muss sagen, mit seinen Sprüchen fühle ich extrem. Ist mir jetzt von allen Charakteren so der lebendigste, muss ich sagen. Ja, GTA San Andreas war auch schon mehr. Ich liebe ja bei City. Wegen der Atmosphäre. Aber eher wegen der Atmosphäre. Story, okay, war auch gut. Aber nicht so... Wie soll ich sagen? Wir waren ja immer nur so ein Zuhörer, wenn wir gar nicht selber... Warte, haben wir bei GTA Vice City? Bei GTA 3 haben wir nur zugehört. Ne, bei City, glaube ich, haben wir auch schon geredet. Erledigt. Wir machen mal Zaster jetzt, mal ein bisschen Knete. Ja, okay. Wir kriegen Speichern. Aber wir haben 1042. Ich denke, dass wir Geld kriegen. Komm, ich klau mal wieder hier Dimitri. Ja, wir warten erst mal, was jetzt kommt. Ich habe die Van verlassen, was du sagen willst. Wie ist Roman? Es ist okay. Ein bisschen schade, aber okay. Du hast gut gemacht. Michael braucht jemanden wie dich. Stopp da und sieh ihn manchmal. Dann würde ich sagen. Wir fahren jetzt zu Little John. Ja. Wie geht die da auf 8? Das ist so geil. Das ist so geil. Liebe im Detail ist das hier. Ja, chill. So, wir machen jetzt Little John. Little Joe. Joe Little. Ne, auch wieder was mit Little Joe. Machen wir jetzt mal. Ob ich richtig fahre, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Aber mit dieser Kamera. Schwer für mich. Haben wir Roman mal testen. Nico, hallo. Roman, bist du okay? Ich habe nur in den Staback geschaut. Und dann in einem Doktor's Office, der schrecklich war als in einem Basement, wo er nahe gebetet hat. Ich bin groß. Du klingst eigentlich. Der Dimitri-Guy hat mir einige Pankillers gegeben. Ich bin ein bisschen weg. Wenn du nie schaust, kannst du mir einen Zoll-Zypern holen? Bis zum nächsten Mal, Nico. Okay. Ja, jetzt machen wir erstmal ihn hier. Oh, mein Platz. Im Quer-Jungel. Yo. Wer ist mit meinem Besten? Wer? Es ist Nico. Nico? Ja. Ich habe mich blitzt hart heute Nacht. Ich bin so cool. Das war's. Was? Was? Oh, was ist Nico? Hey. Glad zu sehen du Mann. Ich habe meinen Mann Roman. Roman? Ja. Er ist okay? Ja. Er ist still waiting für die große Freude. Ja. Die Freude? Ja. 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 Da ist diese nicht eran. Ja. 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 Keine dröne. Ja. Was ist hier eine gewissem 헤Teile? Du denkst, dass das ein Setup ist? Ich weiß nicht. Ich habe mich hart geblieben. Die Scheiße mit meinem Gehirn. Ich habe mich alle typische Scheiße. Ich versuche mich nicht, dass ich mich selbst nicht und niemanden. Ich kann keine Hände schreien, wenn die Füße mir geschehen. Ich gehe zurück, wenn ich einen von ihnen versuche, zu gehen und mit der Ganja zu gehen. Bleib auf das Fahrrad, wir müssen hier raus, schnell! Jetzt zieht sich alles gerade hier in die Tüte rein. Das ist gar Fock-off zu messen. Ich habe gerade zu mir das gesucht. Eiskalt? Sagt er das zu mir? Vliberiaco? Einfach überfahren? Harte. 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 Auch eine krasse Taktik. Ja, Till, alles cool. Auch noch die Waffe. Und einmal diese Waffe. So, dann hole ich ihn ab, aber ich hole jetzt eine bessere Karre. Ich habe gar keinen Bock auf diese Runzelkarre. Wir holen uns jetzt mal in der vernünftige. Aber wir nehmen uns die hier. Und zwar Fahrrad nicht geil. Ich muss bitte einsteigen. Nur Türe nutzen. Ich habe sie. Ich habe sie. Du bist ein wirklicher Schmerz in der Niko. Respekt. Fahre auf der Savanna Avenue in der Meadowspalm. Du bist ein Schmerz in der Niko. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Aber ich muss die Blutklau zu holen. Du bist ein Schmerz in der Niko. Alles klar. Du bist ein Schmerz in der Niko. Du bist ein Schmerz in der Niko. Du bist ein Schmerz in der Niko. Der Rauch hier rauskommt. Wie geil. Auch wieder Liebe im Detail. Er kifft. Und es kommt raus. Hier sind wir. Sind Sie mit mir, Bruder? Ja. Ich habe ihren Schmerz in der Schmerz. Ich habe keinen Mathe in der Runde. Die Angriffsaussi. Shotgun. Du bist ein Schmerz in der Niko. Verstehe5! Dann vorbereit? Ich darf mich diesen Schmerz in die Blutklau. ja ist ja kein Bruder, aber auf Q geht das, interessant aber auf Q Deckung laufen die rund okay ich fühle mich immer noch als wäre ich hier ein Tutorial warte ja doch jemand hier guck mal da legt er was, ne bitte geh mal kurz weg ich will die Waffe haben das ist eine andere Waffe, na ich behalte die Shotgun dann den Dude hier, gibt es oben was ne kein Easter Egg, ne werden wir jetzt auch nicht hier abwickeln die Treppen runter steigen müssen wir noch ein bisschen üben ja chill, alles gut ja 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 wir müssen wieder ein bisschen zaster bekommen, oder? ne knarre 200, da steht 200 plus, oh wunderbar, jetzt haben wir es gesehen, ihr habt einen Umfall gebaut, oder? kann das sein? ne? ok, ja doch, bisschen ja ja ja, hier auch, ihr habt alle, und ihr euch ist scheißegal, ne? alles cool, was ist denn hier? autobaschanlage? interessant ja, ich muss sagen, mit diesen... oh, geiler, warum? ja, das ist nicht passiert, ich muss euch sagen, mit diesen Driften, also ich finde, es ist sehr schwerfällig zu bremsen, dann versuche ich das mit den Driften zu lösen, aber da riecht er manchmal so stark aus, ah, wilde Geschichte auf jeden Fall, hm, ist nicht so stark, ja, und dann sehr schwergängig, dass ihr wieder vorwärtskommt, hm, vielleicht noch ein bisschen Übung, egal, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, würde mich dann jetzt verabschieden, wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, und wir sehen uns das nächste Mal bei GTA 4, bis dahin, euer Deton 7, ciao! geht's los! OH OHH 5 5 5 6